hallo und willkommen zurück bei hart aus dem maul kriegen in Splatoon 3 Splatfest immer noch Thema Geschmack das was wir nicht haben na das sowieso nicht da 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 Emo wo bist du? oh nicht da im Kampf ah ok ich wollte dich grad noch springen was? 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 was ist meine Aufgabe? ach mach mal ruhig Pause ich überlinde den Posten keine Sorge abgelehnt warum kriegen wir eigentlich nur diese Map in dauernd? wir haben doch vorhin die andere gespielt das willst du ja aber bis jetzt ist die Map in ich muss sagen dass diese Map momentan im Überfluss war die Verbindung ist nicht stabil was soll das? so du bist raus geflogen da hat jemand keinen Laden oder Stopp? ich schon und jetzt sind alle raus geflogen yay schöner Papagen nice nice ich hab dort so'n super Sticker in Discord oh ich muss das drauf machen wenn ich den finde wir müssen aber jetzt raus gehen weil Steven ist ja raus hm hm ich hätte lernen jetzt hab der dickface hahaha alles klar oh kann ich was einkaufen? hab ich ein paar Mascheln? ich hab vier Muscheln ich kann die Kapsel gegen das Trithornshorn Trithornshorn du hast dein Internet geflogen? hm 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 entweder hat er erst Internet geflogen oder er wurde geflogen mein Internet ist nie weg gewesen da sagt aber deine Switch hat was anderes gesagt komm wir brauchen was was ist da drin in der Muscheln ich bin online drei Eventbrände nice nochmal tauschen Splatoon hat gesagt heute keins besser flair für deinen Spint ok ich geb grad die ganzen Trithornshorn aus ich weiß noch nicht ob das gut ist oder nicht ist mir egal ein Getränke-Coupon nice endlich gratis saufen äh du kannst die eh nur an dem Dings da benutzen also ist egal Spint Deko ich hab nen Wokitalki und ne Stativkamera was bin ich für ein perverses Schwein ne Stativkamera und nen Wokitalki weißt du? ist schon interessant du so seid ihr alle wieder in einem Raum ja ne? ja ja gut ich komme wow wir sind dreieinhalb Minuten im Part und haben bis jetzt Sister Hikes gefühlt jaaa wir sind super geil Fortschritt obwohl wir sind einfach zu gut wir haben Steams Internet einfach gekickt da denkst du ne mit so guten Leuten kann man spielen mhm wir müssen was dagegen tun mhm checken ich hab nen LAN Adapter ne? mhm ich weiß ich glaube der Laden Adapter hatte keinen E-Laden mehr ich war auch eigentlich mehr am Mimen damit Mimimi weil ich hab keine ich spiel über WLAN mit zwei tragenden Wänden zwischen mir und den Access Points mhm mein Beileid mhm mein Beileid äh dann wird bei mir angezeigt mit dem äh schlechten Adapter ne? ja das das Wesse ist wenn ich wirklich Probleme hätte könnte ich einfach den Access Point unter meinen Tisch verschieben weil bei mir ich mein Richter zum Access Points aber ein gutes hat es ja es ist das letzte mal dass wir auf diese Map spielen sonst21stunde ich weiß nicht will ich auf dieser Map spielen eigentlich nicht also ich nicht bitte du 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 mit dem immer ist ein roller nutzer oh jingzi pick und der hat mich überholt Ich glaube ich habe bis jetzt wie jede verdammte Waffe geflamed in diesem Spiel. Was anderes kann man ja auch nicht schon machen. Da stand ja unten in den Ecke gekämmt, der freundliche Fensterverkäufer. Ich habe alle getötet, es wurde alle getötet. Seit ich den letzten getötet habe, haben wir alle getötet. Ja, ich wollte eigentlich sagen, ich habe den letzten getötet. Also voll erwischt ist, aber ich habe irgendwie blöd reagiert. Tut mir leid. Boah, dieser Rollerdub geht mir auf den Sankl, der gut gesalzene Schild. Aua. Arsch. Boah, ich hasse diese Kulbombe. Bist du das eigentlich? Ja. Ich mag sie nur, wenn ich sie selbst benutze. Ich hab sie zu krass. Ja. 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 Wieso? Ja, ja. Ich bin das zufrieden, das ist so richtig. Richtig hart zurückgedrängt. Mami, ich bin so auf die Kerben. Die Leute hier sind böse. So fühlt sich's retun gerade für mich. Sind alle vier hier? Ja. Ich hab zwei Leute gekillt. Hinter dir, Louis, ist jemand. Hier sind überall welche. Das kriegt ihr nicht, der Roller ist einfach zu stark. Ich hab nur einen gehüllt. Roller is too strong for me. Aua, kack Roller. Ich hab keine Tinte mehr gehabt. I have no Tinte. Was? Ich mag's nicht, dass ich meine Granaten verwenden kann, wenn ich mal so drei Schüsse gemacht habe. Ich hab noch mal versucht alles einzufärben, zu perben ging, aber... Ich glaub es war... Nein, 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 nein. Das war's nicht. Nein. Wirbel tiefer. Schön, A. Ach, der Abstieg. So. Also ist gerade unsere Elo bergab am laufen, oder wie? Wir haben ein bisschen Scheiße gerade hier spielen. Yes. Stimmt, wir sollten einfach besser spielen. Oder die anderen schlechter. Oder das. Oh, Schatzi, wir stehen gleich. Beide sechs, fünf. Nice. Oh, auch fast dieselbe Punktzahl. Wir hatten dieselbe Anzahl an Ulz, die wir gezündet haben. Wir haben sechs, fünf, drei. Ein Herz und eine Seele. Ist das so? Wir sind eigentlich auch in einer Wellenlänge. Ey. Kannst ja auch gehen. Ich hab keine eingeladen. Ja doch, du. Und? Was? Wo? Wie? Wann? Vor fünf Tagen im Discord. Aha, ich verstehe, Luis. Ach übrigens, wir haben sie doch noch einmal bekommen. Wir haben sie doch noch einmal bekommen. Oh, wow. Ich weiß auch nicht, ob die nächsten Maps besser sind. Ich hab sie mir nämlich vorhin einmal angeguckt. Übrigens, ich hab gleich was Lustiges zu erzählen. Was denn? Ich hab eben gerade mal... wieder Shioko, also meiner besten Freundin, das Bild geschickt von dem... Kissen-Bezug. Und wollte ihrem... Ja, dem einen. Und wollte wissen, was ihr zu sagt. Ich hab dich gerettet. Okay. Auch. Und wollte es haben. Die so... Cute. Nee, alles gut. Ich hab gerade jetzt nur ein Kissen-Bezug. Ich so. Guck dir das genau an. Zieh da rauf. Oh. Uff. Das... Ist so subtil. Ich will nicht wissen, wie viele Eltern es ihren Kindern gekauft haben. Wenn ich jetzt darüber nachdenke. Wenn die Eltern es wirklich nicht gesehen haben. Vielleicht einfach den Link bekommen haben. Hier, kauft es mir dein Kind. Ist cool. Wir kaufen es blind und dann... Joa, danke. Scheiße. 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 Oh. Neuer Fetisch unlocked. Loll ab. Also... Ja, das... Da war ja einer. Ja. Das Thema... Das Thema auf wahr. Alles, Louis. Wenn ich eines kann, ist das Spawn-Killen. Naja. Autsch. War es kein Spawn-Kill, aber... Naja, irgendwie doch. Ah. Wie? What? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Okay. Er ist genauso raus wie ich. Aber... Warte. Das Spiel hat bei mir gerade auf den Baum gesucht. Ich dachte, ich bin vom Baum getötet. Der Killer-Baum. Der Killer-Baum. Übrigens, ich habe gerade unten statt abstempeln, abstechen gelesen. Ist das so was? Ahoy. Erstmal abstechen. Hörst du das tun. Da ist jemand in unserer Base, Leute! Ja. Ja, ich wollte nur sagen, der könnte zurückkommen und euch abklatschen. Da klatsch mit dir hin. Wann ist das? Da klatsch ist doch kein Beifall. Oh. Schaffen wir das? Könnt gut sein. Könnt sein. Nein. Das sah ganz gut aus. Küssen. Oh, sieht sehr gesprinkelt aus. Oh. Boah. Das war wieder knapp. Tatjana. Ich verstehe das Brot nicht. Wenn ich den Namen lesen, kriege ich mehr Fragezeichen als Antworten. Hast du Brot? Brot. Pandora spielt Splatoon. Confirmed. Oh my goodness. Das würde mich gar nicht wundern, wenn ich das wirklich machen sollte. Da stand gerade eben der Name Tatjana. TM. Ah. Great markt. Neue Kampfarten. Neue Arena Kampfarten. Neue Kampfarten. Warum auch immer man nicht einfach weiter sich matchen kann. Nein, man muss komplett rausgekickt werden. Ja, leider. ahon. Duh dih dude. Ba 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 ba. Raum wird erstellt. Nice. Nice kok. sind beide durch wir sind alle hier durch deswegen spielen wir zusammen ihr seid alle ich habe mich eingeklickst ich will sehen wie viel noch fehlt bis zum nächsten katalog ab das kannst du am ende der runde sehen ja das kann man auch so in der lobby anschauen ähm ja kampfmenü glaube ich ne deswegen habe ich ja es gibt die neuen maps die markenbrücke ist gut ich mag keine makrelen ach ja es war die map mit der ich im letzten dreikampf mit kai gekämpft habe logisch weil ich glaube es ist eine der wenigen maps die für dreikampf geeignet war ja ich glaube ja die web ist aber auch scheiße groß aber wenigstens einfärmen und sammeln ich habe keine süßigkeiten ich bin sehr sicher ja ich habe nicht das sparen selbst ich habe nicht das bettelt wir kaufen ich selber ja warum sind wir eigentlich so fucking schnell gewusstet ja und die haben das movement aus dem spiel einfach schon durch gespielt oder so vermutlich oder sie haben einfach die boni die base nicht eingefärbt oder 234 jetzt die base einfach ein müssen die mal aua mann mauan mauan dann ja ja ah ja schade da kam ich nicht er wollen sie ran du 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 warum Warum visier ich eigentlich Nemo an, wenn es dann doch nicht funktioniert? Wenn sie tot ist, kannst du nicht mehr teleportieren. Ja. Ich bin gestorben. Ja, aber vorher hatte ich es schon abgedrückt. Du hast Nemo getötet! Du kannst den Superjump leider nicht abbrechen. Verdammt. Oh, was zur Hölle. Und wieder. Ich habe Second anvisiert und... Und er war noch am Leben. Ja. Was vorhin habe ich aber auch. Das denke ich ungern den Superjump als Respawn benutze. Ja, ich auch nicht. Ich stecke dabei, ist der Konstromb nicht ehrlich. Ich habe bloß mal hinter mir Bumpen und denke mir so, oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich lache mal am Ende noch. Ich lache mal am Ende noch. Du hoffst es so Trash. Ich wünsche mir ein Tod. Wann sind wir nicht tot? Ist die Frage. Ja, das ist das so tief. Da brauchen wir gar nicht gucken. Äh, mein Headset löst sich auf. Nein, ein armes Headset. Ich habe Kunstleder am Hals. Und hinterm Ohr. Ja, ich habe meine Ohrmuscheln. Das dröselt sich auch nachs immer auf. Erwin, bin ich stolz auf, dass wir gegen eine Marine verloren haben. Ich habe die meisten Abschüsse. Alter, stehe ich heiße. Ich habe nur einen Siegen gehabt. Okay, mir fehlen noch knapp 3000 Punkte für die nächste Katalogstufe. Könnt ihr wissen. Schnelligkeit, wunderbar. Aber so langsam ist es ja, könnten wir mal wieder gewinnen. Fett, ich durfte. Let's, 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 let's. Ich habe tatsächlich die meisten Kills gemacht. Nice. Nice. Oh, ganz cool. Oh, Nimo wurde abgeschlachtet. Guck mal hier. Anti-Sobie. Ich habe keine Range hatten meiner Waffe. Die hatten alle Range. Ich glaube, der ist rausgegangen. Nee, den hatte ich ja gekillt. Ich meine später am Ende. Der ist am Ende rausgefallen. Achso. Äh, ja, das Problem war halt... Der Kampf wird nicht als Niederlage gewertet. Richtig? Ja, weil einer rausgeflogen ist. Anti-Sobie im Gegner-Team ist rausgeflogen. Aber wir haben trotzdem die volle Punktzeige gekriegt. Das Problem war, wir hatten zwei Schwapper, die mich outrangen. Wir hatten den, ähm... Oh, diesen einen... Äh, nehmen wir uns raus. Nehmen wir uns raus. Ja, dann lass uns auch mal rausgehen. Ich bin rausgefallen. Wie kann man rausgehen? Wie kann man das abbrechen? Spielbänden, Spielbänden. Minus funktioniert nämlich. Ah, die Verbindungen zu einem anderen wurden unterbrochen. Alles gut. Ich bin raus. Oh. Ich wurde einfach rausgeprügelt. Ich wurde nicht lief, falls ich mich übergleitet. So, bis der was. Ich kaufe jetzt einfach dieses... Board-Ding hier, dass ich ein bisschen mehr XP-Kriege. Jetzt ein paar Runden. Das war ein paar Runden. Hab ich tatsächlich auch schon. Ich hab wieder einen Raum offen. Vielen Dank. Kommt bald wieder. Thank you. Come again. Der Raum ist offen. Ja, ich muss mir jetzt erst mal wieder den Splatcast angucken. Achso, du bist ja kurz rausgegangen. Okay. Die nachfolgende Versendung verschieben sich um 10 bis 20 Minuten. Ich kann aber gucken, wie viele Punkte ich auf jeden Fall meinen Dispenser brauche, um die Punkte zu kriegen. Ich bin bei fast 200.000. Ei, ei, ei. Also viel erreicht hab ich dadurch nicht. Bin ich bei ehrlich. Maja. Aber ich kann auch noch für meinen... Äh, für meinen... Quaster. Oh, nur noch 1200 Punkte. Okay, ich werd jetzt die nächsten zwei Runden noch mit den Pinsel spielen. Einfach damit ich mich auf Sternstufe 2 krieg. Ja, dann habe ich wenigstens da die nächste Verlohnung. Hey, Sekten ist mir da. Dann sind wir jetzt alle breit. Breit? Immer doch. Breit. Und der einzige, der am breitesten ist, ist jetzt nicht breit. Ja, ich brauche bis 1200 Punkte, um den zweiten Stern zu kriegen. Dann habe ich die Waffe erst mal auf den zweiten Stern, das weiß ich noch was. Und vielleicht bringt das was, wenn ich vielleicht da so ein bisschen in den Mittelfeld vorrennen kann, weißt du? Weil ich bin damit ziemlich schnell, das heißt, ihr könnt durch die Linie natürlich schnell herrutschen. Kann vielleicht was nützen. Eine Aussage von Louis, der eventuell Hoffnung hat. Der Kampf beginnt. Der Krampf beginnt. Ja, das auch. Oh, schon wieder auf der Map und können wir nicht die andere haben. Einheit. Es gibt ja auch noch ein Wappen im Spiel. Oh Gott, da sind zwei Mates mit bei. Und drei goldene Airbrushes. Drei Airbrushes. Ich glaube, wir tun uns ein bisschen nach vorne schieben. Ich glaube, ich fahr so viel, wenn ich das Ticket ausgib. Eine Airbrush. Ich glaube, die Airbrush kriegst du sogar hellert nicht schnell. Das kann sein, dass du dich schon besitzen kannst. Die goldene noch nicht. Ich weiß nicht, wann die goldene kommt. Äh, du kannst ja auch, wenn du Level-ups kriegst, keine Waffe kaufen. Dann kannst du ja drei Karten sammeln. Dann kannst du ja mit einer später Waffe kaufen. Irgendwie nicht Tinte oder mit einer worden. Du bist scheiße. Ich gucke mir, wie ich auch gerade einen Level-Effekt habe. Ich gucke mir, wie ich auch gerade einen Level-Effekt habe. Ich bin genau da rein, wo die Kugel landet. Ich gucke mir, wie ich auch gerade einen Limo holen. Und dann geht die weg. Are you kidding me? Ich bin sorry. Ja, ist Anna. Knapp diein. Er hat Marihanna gehascht. Danke, komm wieder. Ohne uns? Ja, Marihanna ohne uns. Das finde ich echt uncool. Oh, ich nehme hoch mit dem Kill-Steel. Gern geschehen. Mach ich immer wieder gerne für dich. Da kommt jemand. Nein, ich dachte, ich habe die Dinge gekillt. Ach, nö. Keine Ahnung. Oh, what the hell? Oh, cool Bomber. Autsch. Oh nein, wir haben noch in der Base. Nein, ich hätte einfach weiter mein Ding schwingen müssen. Hab kein Ding, kann ich schwingen. Das weißt du, mein Ding kann ich schwingen. Das ist wie liegen mit seinen Dingen. Park Nemo. Die Story. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber schnell kommen wir malen. Durchrennen. Oh, ich bin so fucking old. Ja, ich glaube, das ist eine Nullnummer. Mein Einer Strich da oben so. Zip. Ganz klare Klatsche. Definitiv. Hawkeye 10, Kim Sane, Yuli 10, Karo 10. Drei Premades sogar. Ja, die drei hatten auch alle eine Airbrush. Soweit ich weiß. Hä? Wie? Was? Was ist? Ich sollte einen neuen Effekt bekommen bei Schuhen und Mundschutz und bling, sind beide abgeprallt. Ich bin dein Slot voll. Komm rein. Hab ein Seifädchen gemalt. Also, 2. 7 Kills hab ich gemacht. Oh, meine Freunde hat 8. Oh mein Gott. Immer einmal mehr wie du. Peak Kindergarten. Was? Immer einmal mehr wie du. Oh. Du kannst mich am Arsch lecken. Ja, du kannst mich auch mal am Arsch lecken. Oh nein. Du kannst mich ganz viermal am Arsch lecken. Immer einmal mehr wie du. Oh, das ist die andere Map. Wir dürfen die andere Map mal spielen. Yay. Es ist nicht dieses 9 Mile Resort, wo da die Wasserbecken hochkommt. Oh nein, zwei Schwapper gegen uns. Was ist das? Was ist das, was ich meinte, was unter der Brücke? Jetzt sind wir offiziell Obdachlose. Das ist aber auch eine Beifarben-Arena-Map. Ja. Ja. So groß wie die ist, wundert mich das nicht. Was ist das eigentlich mit Team Sauer? Sind die aus dem Splatfest oder was? Es kann sein, dass wir die nicht bekommen. Aber wir feißen sind. Also die weniger uns bekommen, damit die ne... Na, die Gegner sind raus. Ich hab keine Ahnung. Ja. Die beiden Schwapper. Es kann sein, dass gerade Süssot stark dominiert oder beziehungsweise so viele Leute hat, dass halt Sauer immer mit denen gematcht wird, weil zu wenige für Sauer und Scharf da sind, um gegeneinander zu matchen. Ich glaube, ich bin jetzt rausgeflogen. Kann das sein? Nee. Ich glaube, ich war aus dem Lobby raus. Du bist nicht mehr rausgegangen, weil Part Ende. Wir gehen alle raus, okay. Ja, dann sind ja kein unter der Brücke leben mehr. Wir haben unsere Obdachlosigkeit doch noch abwindeln können. Fürs Erste. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wo wir gnadenlos untergehen werden. Oder auch nicht. Bis dann. Tschüss. Einmal.